Der blaue Karfunkel Der blaue Karfunkel Am Morgen des zweiten Tages nach Weihnachten suchte ich meinen Freund Sherlock Holmes auf, um ihm die Festtagswünsche zu überbringen. Er rekelte sich in einem roten Morgenmantel faul auf dem Sofa, in Reichweite zur Rechten der Pfeifenständer und nahebei einen Stapel offensichtlich gerade gelesener, zerknitterter Morgenzeitungen. Neben dem Sofa stand ein hölzerner Stuhl, an dessen Lehne ein äußerst schäbiger, unansehnlicher Filzhut hing, der viel zu schlecht war, um noch getragen zu werden, und verschiedene Risse aufwies. Auf dem Stuhlsitz lagen eine Lupe und eine Zange, und so wurde mir klar, dass der Hut zu Untersuchungszwecken dort hing. Sie sind beschäftigt, sagte ich. Vielleicht störe ich. Nicht im geringsten. Ich bin froh, jemanden zu haben, mit dem ich meine Resultate durchsprechen kann. Die Angelegenheit ist völlig unerheblich, erwies mit dem Daumen auf den alten Hut. Aber es gibt einige Punkte, die des Interesses nicht entbehren, sogar lehrreich sind. Ich setzte mich in einen Lehnsessel und wärmte mir die Hände am prasselnden Feuer, denn es hatte ein scharfer Frost eingesetzt, und die Fenster waren mit dicken Eiskristallen bedeckt. Ich nehme an, bemerkte ich, dieses Ding da, so hässlich es aussieht, steht mit einer schrecklichen Geschichte in Verbindung. Ist vielleicht der Schlüssel zu einem Geheimnis und zur Strafe für ein Verbrechen? Nein, nein, kein Verbrechen, sagte Sherlock Holmes lachend. Lediglich einer jener absonderlichen kleinen Vorfälle, die geschehen, wo sich vier Millionen menschlicher Wesen auf ein paar Quadratmeilen drängen. Inmitten der Aktionen und der Reaktionen eines so dichten Schwarms menschlicher Natur darf man das Auftreten jeder Kombination von Ereignissen erwarten. Und manches kleine Problem ergibt sich, das überraschend oder wunderlich anmuten mag, aber nicht gleich ein Verbrechen sein muss. Wir haben auf dem Gebiet doch schon Erfahrungen gemacht. So viele, bemerkte ich, dass von den letzten sechs Fällen, die ich meinen Aufzeichnungen hinzufügte, drei überhaupt nichts mit Verstößen gegen das Gesetz zu tun hatten. Genau, sie spielen an auf meinen Versuch, die Fotografie der Irene Adler zu entdecken, auf den einmaligen Fall der Miss Mary Sutherland und auf das Abenteuer des Mannes mit dem schiefen Mund. Und diese unbedeutende Angelegenheit wird wohl derselben harmlosen Kategorie zuzurechnen sein. Kennen Sie Peterson, den Kommissar? Ja. Ihm gehört die Trophäe. Es ist sein Hut? Nein, nein, er hat ihn gefunden. Der Eigentümer ist unbekannt. Ich bitte doch, das Ding nicht als eine ramponierte Kopfbedeckung anzusehen, sondern als ein intellektuelles Problem. Zuerst einmal, wie kam es her? Es traf am Weihnachtsmorgen ein, in Gesellschaft einer fetten Gans, die in diesem Augenblick zweifellos auf Petersons Herd schmort. Das sind die Tatsachen. Peterson, eine ehrliche Haut, wie Sie wissen, kam gegen vier Uhr von einem kleinen Vergnügen und ging über die Tottenham Court Road heimwärts. Da sah er vor sich im Licht einer Gaslaterne einen ziemlich großen Mann, der leicht schwankte und über der Schulter eine weiße Gans trug. An der Ecke Gouge Street geriet der Fremde in ein Handgemenge mit einigen Raufbolden. Einer schlug dem Mann den Hut vom Kopf, woraufhin der seinen Stock erhob, um sich zu verteidigen, ihn über seinem Kopf schwang und dabei eine Schaufensterscheibe hinter sich zertrümmerte. Peterson lief los, um den Fremden gegen seine Angreifer zu verteidigen, aber der Mann, erschrocken wegen der zerbrochenen Scheibe, ließ die Gans fallen und nahm, als er sah, dass eine amtlich wirkende Person in Uniform auf ihn zustürzte, die Beine in die Hand und verschwand in dem Labyrinth kleiner Straßen neben der Tottenham Court Road. Die Raufbolde flohen beim Auftauchen Petersons gleichfalls, so dass das Schlachtfeld nur ihm gehörte, und auch die Siegesbeute in Gestalt dieses schäbigen Hutes und einer höchst unschuldigen Weihnachtsgans. Die er sicherlich ihrem Eigentümer zurückgegeben hat. Mein lieber Junge, gerade da liegt das Problem. Zwar stand auf einer Karte, die am linken Bein des Vogels befestigt war, für Mrs. Henry Baker, und auch im Futter des Hutes waren die Initialen H.B. zu lesen, aber da es einige tausend Bakers und einige hundert Henry Bakers in unserer Stadt gibt, wird es nicht leicht fallen, auch nur einem von ihnen verlorenes Eigentum zurückzugeben. Was hat Peterson dann getan? Er hat Hut und Gans am Weihnachtsmorgen zu mir gebracht, weil er weiß, dass mich auch die kleinsten Probleme interessieren. Die Gans nahmen wir bis heute Morgen in Verwahr, aber da machten sich trotz des Frosts Anzeichen dafür bemerkbar, dass es gut wäre, sie ohne weitere Verzögerung zu verspeisen. Der Finder hat also die Gans mitgenommen, um sie ihrer letzten Bestimmung zuzuführen, während ich noch immer den Hut des Herrn hier habe, der um sein Weihnachtsmahl gekommen ist. Hat er nicht annonciert? Nein. Wie wollen Sie ihn denn sonst identifizieren? Nur durch Schlussfolgerungen. Aus diesem Hut? Genau. Sie scherzen. Was können Sie schon aus dem alten, schäbigen Filz schließen? Hier, nehmen Sie meine Lupe. Sie kennen meine Methoden. Was können Sie von der Persönlichkeit des Mannes sagen, der diesen Gegenstand getragen hat? Ich nahm das zerlumpte Ding in die Hand und drehte es ziemlich mitleidig um. Es war ein ganz gewöhnlicher schwarzer Hut, von der üblichen runden Fasson, steif und viel zu schlecht, um noch getragen zu werden. Das Futter hatte einmal aus roter Seide bestanden, die sich nun aber ziemlich verfärbt darbot. Einen Herstellernamen gab es nicht. Jedoch waren, wie Holmes bemerkt hatte, auf einer Seite die Initialen HB hingekritzelt. Die Krempe war für eine Hutsicherung durchstochen, aber das Gummiband fehlte. Sonst hatte er Risse, war äußerst verstaubt und fleckig, obwohl anscheinend der Versuch unternommen worden war, die fleckigen Stellen mit Tinte zu verdecken. »Ich kann nichts sehen«, sagte ich, indem ich den Hut meinem Freund zurückgab. »Im Gegenteil, Watson, Sie sehen alles. Doch Sie versagen, wenn es darum geht, das, was Sie sehen, zu durchdenken. Sie sind zu ängstlich, Schlüsse zu ziehen.« »Dann bitte sagen Sie mir, was Sie schlussfolgern können.« Er hielt den Hut hoch und starrte ihn in der beschaulichen Art an, die ihm eigen war. »Vielleicht ist er nicht mehr so gedankenanregend wie früher einmal«, bemerkte er, »und doch finde ich einige offensichtliche Schlüsse und ein paar andere, die zumindest große Wahrscheinlichkeit besitzen.« »Dass der Mann sehr intellektuell ist, liegt auf der Hand. Ebenfalls, dass er in den letzten drei Jahren recht wohlhabend war, obwohl er nun schlechte Zeiten durchmacht. Er ist vorsichtig, wenn auch jetzt weniger als früher, was auf moralisches Abrutschen deutet, das zusammengenommen mit dem Dahinschmelzen seines Vermögens auf schlechten Einfluss, wahrscheinlich durch Trinken, hinzuweisen scheint. »Hierin wird auch der Grund liegen, weshalb seine Frau aufgehört hat, ihn zu lieben.« »Mein lieber Holmes!« »Dennoch hat er sich eine bestimmte Selbstachtung erhalten«, fuhr er fort, meinen Einwurf überhaupt nicht beachtend. »Der Mann sitzt meistens, geht selten fort, ist total aus der Übung, befindet sich in mittlerem Alter, hat graues Haar, das in den letzten Tagen geschnitten wurde und das er mit Zitronencreme salbt. Dies sind die offenkundigeren Tatsachen, die von dem Hut abgeleitet werden können. Überdies ist es äußerst wahrscheinlich, dass er in seinem Haus keinen Gasanschluss hat.« »Nun scherzen Sie wirklich, Holmes.« »Nicht im Geringsten. Möglicherweise erkennen Sie auch jetzt noch nicht, da ich Ihnen die Ergebnisse mitgeteilt habe, wie ich an Sie gekommen bin.« »Zweifellos bin ich sehr dumm, aber ich muss gestehen, ich kann Ihnen nicht folgen. Woraus leiten Sie zum Beispiel ab, dass der Mann intellektuell ist?« Statt einer Antwort stülpte sich Holmes den Hut auf den Kopf. Er reichte über die Stirn und saß ihm auf dem Nasenrücken auf. »Das ist eine Frage des Rauminhalts«, sagte er. »Ein Mann mit einem so großen Hirn muss auch etwas drin haben.« »Und was ist mit dem Schwinden des Vermögens?« »Dieser Hut ist drei Jahre alt. Diese flachen, am Rand gerollten Krempen kamen damals auf. Es ist ein Hut bester Qualität. Sehen Sie sich das Band aus gerippter Seide und das hervorragende Futter an. Wenn sich der Mann vor drei Jahren einen so teuren Hut kaufen konnte und sich seitdem keine neuen angeschafft hat, dann ist es mit ihm sicherlich bergab gegangen. »Gut, das leuchtet mir ein. Aber wie steht es um die Vorsicht und das moralische Abrutschen?« Sherlock Holmes lachte. »Hier haben Sie die Vorsicht«, sagte er und legte den Finger auf den Knopf und die Öse für die Hutsicherung. »Hüte sind nicht von vornherein damit ausgestattet. Wenn der Mann sich so etwas hat anbringen lassen, deutet das auf einen gewissen Grad von Vorsicht. Inzwischen ist er von seiner Art, Vorsorge gegen den Wind zu treffen, abgegangen. Das Gummiband, das riss, aber nicht ersetzt wurde, sagt uns, dass er jetzt weniger Vorsicht als früher walten lässt, was einen klaren Beweis für eine Schwächung seines Wesens darstellt. Andererseits war er bemüht, einige Flecken im Filz durch Tinte zu verbergen, was darauf hinweist, dass er seine Selbstachtung noch nicht ganz verloren hat. Ihre Beweisführung leuchtet ein. Die weiteren Besonderheiten, dass er mittleren Alters ist, dass er ergrautes Haar hat, welches er kürzlich schneiden ließ, und dass er Zitronencreme benutzt, dies ergibt sich aus einer aufmerksamen Untersuchung des Futters. Die Lupe enthüllte eine große Anzahl Haarspitzen, die alle sauber von der Schere eines Friseurs beschnitten sind. Sie scheinen klebrig zu sein, und dann gibt es auch einen unverkennbaren Duft nach Zitronencreme. Dieser Staub, werden Sie finden, ist nicht der sandige graue Staub der Straßen, vielmehr der flockige Braune des Hauses, und das verrät, der Hut hat die meiste Zeit am Haken gehangen. Die Schweißflecken im Futter beweisen eindeutig, dass der Mann leicht schwitzt und also kaum in bester körperlicher Verfassung sein dürfte. Aber was ist mit seiner Frau? Sie sagten, sie habe aufgehört, ihn zu lieben? Der Hut ist seit Wochen nicht abgebürstet. Wenn ich Sie sehen sollte, wie Sie mit dem Staub einer Woche auf Ihrem Hut herumlaufen, wenn Ihre Frau Ihnen gestattet, in solchem Zustand auszugehen, dann würde ich befürchten müssen, Sie wären ebenso unglücklich, die Zuneigung Ihrer Frau verloren zu haben. Aber kann er nicht Junggeselle sein? Nein, er wollte die Gans als Friedensangebot nach Hause tragen. Denken Sie an die Karte am Bein des Vogels. Sie finden auf alles eine Antwort. Aber woraus um Himmels Willen schließen Sie, dass er in seinem Haus keinen Gasanschluss hat? Ein Talgspritzer, vielleicht auch zwei, mögen sich zufällig finden. Doch wenn ich nicht weniger als fünf zähle, gibt es für mich nur noch geringe Zweifel daran, dass der Mensch häufige Berührung mit Talglichtern haben muss. Wenn er nachts die Treppe hinauf geht, wahrscheinlich den Hut in der einen Hand, eine tropfende Kerze in der anderen. Jedenfalls verursacht Gaslicht keine Talgflecke. Sind Sie befriedigt? Das ist alles sehr geistreich, sagte ich lachend. Aber da, wie Sie selbst sagten, kein Verbrechen begangen und kein Schaden angerichtet wurde, außer dass jemand eine Gans verlor, scheint mir alles eine ziemliche Kraftvergeudung zu sein. Sherlock Holmes hatte den Mund zu einer Antwort geöffnet, als die Tür aufgestoßen wurde und Peterson, der Kommissar, ins Zimmer stürzte, hochrot und mit einem Gesicht, als sei er von Verwunderung betäubt. Die Gans, Mr. Holmes, die Gans, Sir, stieß er hervor. Ja, was ist mit ihr? Ist sie ins Leben zurückgekehrt und durchs Küchenfenster davon geflogen? Holmes brachte sich auf dem Sofa in die rechte Lage, um das aufgeregte Gesicht des Mannes besser betrachten zu können. Sehen Sie doch, Sir, sehen Sie, was meine Frau im Kropf der Gans gefunden hat. Er streckte die Hand flach aus und hielt uns einen blitzenden blauen Stein entgegen, etwas kleiner als eine Bohne, aber von solcher Reinheit und solchem Glanz, dass er in der dunklen Mulde der Hand wie ein elektrischer Funke sprühte. Holmes erhob sich mit einem Pfiff in sitzende Stellung. Beim Zeus, Peterson, sagte er, das ist wirklich ein Schatzfund. Ich nehme an, Sie wissen, was Sie da haben. Einen Diamanten, Sir, einen wertvollen Stein. Er hat Glas geschnitten wie Kitt. Das ist mehr als ein wertvoller Stein. Es ist der wertvolle Stein. Doch nicht der blaue Karfunkel der Countess of Morkar, stieß ich hervor. Genau der. Ich kenne seine Größe und seine Form, da ich doch in den letzten Tagen immer wieder die Suchanzeige in der Times gelesen habe. Er ist absolut einmalig. Sein Wert lässt sich nur schätzen. Und die Belohnung von 1.000 Pfund macht bestimmt nur den zwanzigsten Teil des Marktpreises aus. 1.000 Pfund, heiliger Strohsack. Der Kommissar ließ sich in einen Sessel plumpsen und starrte uns abwechselnd an. Das ist die Belohnung, aber ich habe Grund zu der Annahme, dass sentimentale Erwägungen die Countess dazu bewegen könnten, sich von der Hälfte ihres Vermögens zu trennen, wenn sie nur das Kleinod wiederbekommt. Wenn ich mich recht erinnere, ging es im Hotel Cosmopolitan verloren, bemerkte ich. Genau, am 22. Dezember, vor fünf Tagen. John Horner, ein Klempner, wurde beschuldigt, es aus der Schmuckkassette der Dame entwendet zu haben. Der Verdacht gegen ihn war so stark, dass der Fall ans Schwurgericht verwiesen worden ist. Ich glaube, hier habe ich einen Bericht über die Angelegenheit. Er wühlte in den Zeitungen, überflog die Erscheinungsdaten, zog schließlich eine heraus, schlug sie auf und las den folgenden Artikel vor. Juwelenraub im Hotel Cosmopolitan John Horner, 26, Klempner, wurde angeklagt, am 22. des Monats aus der Schmuckschatulle der Countess of Morkar einen wertvollen Diamanten entwendet zu haben, bekannt unter der Bezeichnung der blaue Karfunkel. James Ryder, der Hotelverwalter, gab zu Protokoll, dass er Horner am Tag des Diebstahls in das Ankleidezimmer der Countess of Morkar geschickt habe, damit er die zweite Stange am Kamingitter, die sich gelöst hatte, löten sollte. Eine kurze Zeit blieb er bei Horner, wurde aber dann abberufen. Als er wiederkam, entdeckte er, dass Horner verschwunden und der Sekretär aufgebrochen war und dass das kleine Kästchen aus Saffianleder, in dem, wie sich später herausstellte, die Countess ihren Schmuck aufzubewarren pflegte, leer auf dem Toilettentisch lag. Ryder schlug sofort Alarm, und Horner wurde noch am selben Abend verhaftet. Aber der Stein konnte nicht gefunden werden, weder bei einer Leibesvisitation noch in seiner Wohnung. Catherine Cusack, die Zofe der Countess, erklärte, Ryders bestürzten Ausruf bei der Entdeckung des Diebstahls gehört zu haben und ihr das Zimmer gestürzt zu sein, wo sie alles so vorfand, wie der Zeuge es beschrieben hat. Inspektor Bradstreet von der Abteilung B von Scotland Yard sagte über die Verhaftung, Horner habe sich wild gewehrt und seine Unschuld auf das Bestimmteste beteuert. Da der Gefangene früher schon einmal wegen Diebstahls verurteilt worden ist, lehnte der Polizeirechter ein summarisches Verfahren ab und verwies den Fall ans Schwurgericht. Horner, der während der Verhandlung starke emotionale Beteiligung gezeigt hatte, wurde über den Beschluss ohnmächtig und musste aus dem Gerichtssaal getragen werden. Hm, so viel also zu der Verhandlung vor dem Polizeigericht, sagte Holmes nachdenklich und warf die Zeitung beiseite. Für uns steht die Frage, die Abfolge der Ereignisse zu klären, an deren einem Ende eine ausgeraubte Schmuckschatulle und an deren anderem Ende der Kropf einer Gans in der Tottenham Court Road steht. Sie sehen, Watson, unsere netten kleinen Deduktionen erscheinen plötzlich unter einem viel wichtigeren und weniger harmlosen Gesichtspunkt. Hier ist der Stein. Der Stein kommt aus einer Gans und die Gans kommt von Mr. Henry Baker, dem Gentleman mit dessen schäbigem Hut und persönlichen Eigenheiten ich sie gelangweilt habe. Also müssen wir uns ganz ernsthaft daran machen, diesen Gentleman zu finden und uns zu vergewissern, welche Rolle er in dem kleinen Geheimnis spielt. Zuerst gilt es, die einfachsten Mittel anzuwenden und das Einfachste besteht zweifellos darin, eine Annonce in alle Abendzeitungen setzen zu lassen. Nützt das nichts, werde ich zu anderen Methoden greifen. Wie wollen Sie die Anzeige formulieren? Geben Sie mir einen Bleistift und ein Stück Papier. Nun denn. Gefunden an der Ecke Gouge Street eine Gans und ein schwarzer Filzhut. Rückgabe an Mr. Henry Baker bei Erscheinen in der Baker Street 221 B um 6.30 Uhr heute Abend. Das ist klar und kurz. Sehr gut, aber wird er es lesen? Nun, er wird die Zeitungsmeldungen verfolgen, da es sich für einen armen Mann um einen schweren Verlust handelt. Durch das Missgeschick mit dem zerbrochenen Fenster war er, als Peterson nahte, so verängstigt, dass er an nichts als Flucht dachte. Inzwischen aber muss er bitter bereut haben, dem Antrieb gefolgt zu sein, der ihn den Vogel kostete. Dann wird auch die Erwähnung seines Namens beitragen, dass die Anzeige ihm auffällt, denn jeder, der ihn kennt, wird ihn aufmerksam machen. Hier, Peterson, laufen Sie zur Annoncenagentur und lassen Sie es in die Abendzeitungen setzen. In welche, Sir? In den Globe, den Star, die Paul Mall, die St. James' Gazette, die Evening News, den Standard, das Echo und alle, die Ihnen noch einfallen. In Ordnung, Sir. Und was wird mit dem Stein? Oh ja, ich behalte ihn hier, danke. Und noch etwas, Peterson. Kaufen Sie auf dem Rückweg eine Gans und liefern Sie sie hier ab. Schließlich müssen wir eine für den Gentleman haben, statt der, die Ihre Familie gerade verzehrt. Als der Kommissar gegangen war, hielt Holmes den Stein gegen das Licht. Ein schönes Stück, sagte er. Sehen Sie nur, wie er glänzt und sprüht. Natürlich ist er die Keimzelle und der Brennpunkt von Verbrechen. Jeder gute Stein ist das. Sie sind des Teufels liebste Köder. Jede Facette der größeren alten Juwelen könnte für eine Bluttat stehen. Dieser Stein ist noch nicht 20 Jahre alt. Er wurde am Ufer des Amoi in China gefunden und trägt alle Merkmale eines Karfunkels, nur dass er nicht rubinrot ist, sondern nach blau schattiert. Trotz seiner Jugend hat er bereits eine finstere Geschichte. Zwei Morde, ein Anschlag mit Vitriol, ein Selbstmord und verschiedene Diebstähle sind wegen dieser 45 Karat kristallisierten Kohlenstoffs begangen worden. Wer glaubt schon, dass ein so nettes Spielzeug ein Lieferant für die Galgen und das Gefängnis sein könnte? Ich werde ihn in meine Kassette einschließen und der Countess mitteilen, dass wir ihn haben. Denken Sie, dass dieser Horner unschuldig ist? Das weiß ich nicht. Nun gut, vermuten Sie denn, dass der andere, Henry Baker, etwas mit der Sache zu tun hat? Ich glaube, wir müssen eher annehmen, dass Henry Baker absolut unschuldig ist und keine Vorstellung davon besitzt, dass der Vogel, den er mit sich herumschleppte, erheblich wertvoller war, als wenn er aus purem Gold bestanden hätte. Das jedenfalls werde ich durch einen sehr einfachen Test feststellen, wenn wir Antwort auf unsere Annonce bekommen haben. Und bis dahin können Sie nichts unternehmen? Nichts. In dem Falle werde ich jetzt meine Patientenbesuche fortsetzen. Aber am Abend, zur angegebenen Zeit, komme ich wieder, denn ich möchte doch die Lösung einer so verwickelten Geschichte erleben. Ich freue mich sehr darauf, Sie zu sehen. Ich speise um sieben. Es gibt, glaube ich, Waldschnäpfe. Übrigens, in Anbetracht der letzten Ereignisse sollte ich Mrs. Hudson überreden, deren Kropf untersuchen zu lassen. Ich wurde bei einer Visite aufgehalten und es war kurz nach halb sieben, als ich wieder in der Baker Street eintraf. Als ich mich dem Haus näherte, sah ich einen großen Mann mit schottischem Barrett, sein Rock war bis ans Kinn zugeknöpft, im hellen Halbkreis warten, der durch das Oberlicht der Tür fiel. In dem Augenblick, da ich ankam, ging die Tür auf und wir zwei wurden nach oben in Holmes' Zimmer gewiesen. Ich nehme an, Mr. Henry Baker, sagte mein Freund. Er hob sich aus dem Lehnsessel und begrüßte den Besucher in der heiteren Art, in die er so geschwind verfallen konnte. Bitte, rücken Sie den Sessel ans Feuer, Mr. Baker. Der Abend ist kalt und ich sehe, dass Ihr Kreislauf sich eher auf den Sommer als auf den Winter einstellen kann. Ah, Watson, Sie sind gerade zur rechten Zeit gekommen. Ist das Ihr Hut, Mr. Baker? Ja, Sir, das ist ohne jeden Zweifel mein Hut. Er war ein großer Mann mit rundem Rücken, massivem Kopf und breitem, intelligentem Gesicht, das in einen braunen, grau-melierten Spitzbart auslief. Ein Anflug von Rot auf Nase und Wangen und das leichte Zittern der ausgestreckten Hand erinnerten mich an Holmes' Vermutungen über seine körperliche Verfassung. Seinen verschossenen, schwarzen Gehrock hatte er bis oben hin zugeknöpft und den Kragen hochgestellt. Aus den Ärmeln schauten seine schmächtigen Handgelenke hervor, ohne dass der Schimmer von einer Manschette oder einem Hemd zu sehen war. Er sprach leise und abgehackt, die Worte sorgsam wählend und machte allgemein den Eindruck eines gelehrten und belesenen Mannes, der vom Glück schlecht behandelt worden ist. »Wir haben diese Dinge einige Tage lang aufbewahrt«, sagte Holmes, »weil wir erwarteten, dass sie eine Zeitungsanzeige mit ihrer Adresse aufgeben würden. Ich weiß nun nicht, was ich von ihnen denken soll, da sie nicht annonciert haben.« Unser Besucher gab ein recht kleinlautes Lachen von sich. »Die Schillings sind bei mir nicht mehr so zahlreich wie einst«, bemerkte er. »Ich zweifelte nicht daran, dass die Bande raufbeulte, die mich angriff, meinen Hut und den Vogel mitgenommen hätte. Ich wollte nicht Geld für einen hoffnungslosen Versuch ausgeben, die verlorenen Dinge wieder in Besitz zu bekommen. Ganz natürlich. Übrigens, der Vogel... Wir waren gezwungen, ihn aufzuessen.« »Ihn aufzuessen?« Unser Besucher erhob sich vor Erregung halb aus dem Sessel. »Ja, es wäre für keinen von Nutzen gewesen, wenn wir es nicht getan hätten. Aber ich nehme an, dass die ganz da auf der Anrichte, die ungefähr genauso viel wiegt und ganz frisch ist, ihre Ansprüche gleichermaßen zufriedenstellt.« »Oh, gewiss, gewiss«, antwortete Mr. Baker und stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. »Wir haben selbstverständlich die Federn, die Füße, den Kropf und so weiter von Ihrem Vogel aufbewahrt. Wenn Sie wünschen...« Der Mann brach in herzhaftes Lachen aus. »Das könnte mir als Andenken an mein Abenteuer dienen«, sagte er. »Sonst sehe ich keinen Verwendungszweck für die Desiecta Membra meiner dahingegangenen Bekannten.« »Nein, Sir, ich glaube, ich werde mit Ihrer Erlaubnis meine Aufmerksamkeit auf den ausgezeichneten Vogel beschränken, den ich dort auf der Anrichte sehe.« Sherlock Holmes blickte mich scharf an und zuckte leicht die Schultern. »Hier, bitte, ist Ihr Hut und dort Ihr Vogel«, sagte er. »Übrigens, wäre es Ihnen lästig, mir zu erzählen, woher Sie Ihre Gans hatten? Ich bin ein Geflügelliebhaber und mir ist selten eine besser gewachsene Gans unter die Augen gekommen.« »Aber gewiss«, sagte Baker, »er war aufgestanden und hielt seine Gans unterm Arm.« »Von uns besuchen immer einige das Alpha Inn in der Nähe des Museums. Tagsüber sind wir im Museum selbst zu finden, verstehen Sie?« »In diesem Jahr hatte unser netter Wirt Windygate mit Namen einen Gänseclub gegründet, durch den wir zu Weihnachten zu einem Vogel kommen sollten, wenn wir wöchentlich ein paar Pents einzahlten. Ich entrichtete meinen Betrag regelmäßig und das Übrige kennen Sie. Ich bin Ihnen sehr zu Dank verpflichtet, Sir, denn ein schottisches Barrett passt weder zu meinem Alter noch zu meiner Würde.« Mit komischer Feierlichkeit verbeugte er sich vor uns und ging seines Weges. »Das also war Henry Baker«, sagte Holmes, nachdem er die Tür hinter ihm geschlossen hatte. »Es ist ganz sicher, dass er von der Sache überhaupt nichts weiß. Sind Sie hungrig, Watson?« »Nicht besonders.« »Dann schlage ich vor, dass wir aus unserem Dinner einen Supper machen und der Spur folgen, solange sie warm ist.« »Auf alle Fälle.« Es war ein bitterkalter Abend und so zogen wir unsere Alster an und banden Schals um. Die Sterne schienen kalt von einem wolkenlosen Himmel und der Atem der Passanten dampfte wie Rauch aus abgefeuerten Pistolen. Unsere Schritte halten deutlich und laut, als wir durch das Ärzteviertel, die Wimpole Street, die Harley Street und dann durch die Wigmore Street in die Oxford Street gingen. Nach einer Viertelstunde hatten wir Bloomsbury erreicht und standen vorm Alpha Inn, einer Gastwirtschaft an der Ecke einer der Straßen in Richtung Holborn. Holmes stieß die Tür zur Bar auf und bestellte bei einem rotgesichtigen Wirt mit weißer Schürze zwei Glas Bier. »Ihr Bier muss hervorragend sein, wenn es so gut wie Ihre Gänse ist,« sagte Holmes. »Meine Gänse?« Der Mann schien überrascht. »Ja, vor einer halben Stunde habe ich mit Mr. Henry Baker gesprochen, einem Mitglied ihres Gänseclubs.« »Ach so, ich verstehe. Aber sehen Sie, Sir, das waren nicht meine Gänse.« »Wirklich? Wessen dann?« »Nun, ich habe die zwei Dutzend bei einem Händler in Covent Garden gekauft.« »Wirklich? Ich kenne da einige Händler. Welcher war es?« »Breckenridge«, hieß er. »Ah, den Mann kenne ich nicht. Nur denn auf Ihr Wohl, Herr Wirt, und dass Ihr Geschäft florieren möge. Gute Nacht.« »Jetzt zu Mr. Breckenridge«, fuhr Holmes fort, indem er sich den Mantel zuknöpfte. Wir traten hinaus in die frostige Luft. Denken Sie nur, Watson, obgleich an dem einen Ende der Kette etwas so Einfaches wie eine Gans steht, haben wir am anderen Ende doch einen Mann, der sicherlich sieben Jahre Gefängnis bekommen wird. Es sei denn, wir können seine Unschuld beweisen. Möglicherweise werden unsere Nachfragen auch seine Schuld untermauern. Auf jeden Fall schlagen wir aber mit unserer Untersuchung einen Weg ein, den die Polizei versäumte und den eine einmalige Chance uns in die Hände gespielt hat. Folgen wir ihm bis zum bitteren Ende, nach Süden also, und im Geschwindschritt. Wir durchquerten Holborn, gingen die Andell Street hinunter und hatten schließlich auch das Gewirr der Slums vor dem Covent Garden Market hinter uns gelassen. Einer der größten Verkaufsstände trug den Namen Breckenridge. Der Besitzer, der wie ein Jockey aussah, ein hageres Gesicht hatte und einen Backenbart trug, half einem Jungen, die Läden vorzuhängen. Guten Abend, kalt heute, sagte Holmes. Der Händler nickte und warf einen fragenden Blick auf meinen Gefährten. Die Gänse sind wohl ausverkauft, fuhr Holmes fort und deutete auf die leere Marmortheke. Morgen früh können sie 500 haben. Sehr schade. Da drüben, an dem Stand mit der Gasbeleuchtung, gibt es noch welche. Ja, aber man hat mir sie empfohlen. Wer? Der Wirt vom Alpha. Ah ja, ich habe ihm ein paar Dutzend geliefert. Prächtige Vögel waren das. Wo haben sie die bezogen? Zu meiner Überraschung rief die Frage bei dem Händler einen Ausbruch von Ärger hervor. Nun ist's gut, Mister, sagte er mit erhobenem Kopf, die Arme in die Seite gestemmt. Worauf wollen Sie raus? Reden wir offen. Ich rede offen genug. Ich möchte wissen, wer Ihnen die Gänse geliefert hat, die Sie an das Alpha verkauften. Na gut, das werde ich Ihnen nicht sagen. Und was jetzt? Ach, die Sache ist nicht so wichtig. Aber ich weiß nicht, warum Sie sich wegen so einer Kleinigkeit derart erhitzen. Erhitzen? Ihnen würde vielleicht genauso heiß werden, wenn man Sie so löcherte, wie ich gelöchert werde. Wenn ich gutes Geld für gute Ware bezahlt habe, dann sollte das Geschäft ausgestanden sein. Aber nein, es geht weiter. Wo sind die Gänse? Und woher haben Sie die bezogen? Und was nehmen Sie für die Gänse? Man sollte meinen, das wären die einzigen Gänse von der Welt, wenn man den Lärm hört, der um sie gemacht wird. Nun, ich stehe nicht mit irgendwelchen anderen Leuten in Verbindung, die Sie gefragt haben, sagte Holmes unbekümmert. Wenn Sie es uns nicht sagen, dann ist die Wette geplatzt, sonst nichts. Aber ich bin immer bereit, meine Meinung zu vertreten, wenn es um Geflügel geht, und ich habe fünf Pfund darauf gesetzt, dass der Vogel, den ich gegessen habe, aus einer ländlichen Zucht stammt. Gut, dann haben Sie also fünf Pfund verloren, denn die Gänse kamen aus einer städtischen Zucht, sagte der Händler barsch. Das kann nicht sein. Wenn ich es Ihnen sage, ich glaube Ihnen nicht. Denken Sie, Sie wissen mehr über Geflügel als ich, der ich mich mit dem Viehzeug abgebe, seit ich Gehilfe war? Ich sage Ihnen, alle die Vögel, die ich ans Alpha geliefert habe, stammen aus einer städtischen Zucht. Das können Sie mir nie einreden. Wollen wir wetten? Ich würde Ihnen doch nur Ihr Geld abnehmen, denn ich weiß, dass ich recht habe. Aber ich setze einen Sovereign gegen Sie, nur um Ihnen beizubringen, dass man nicht eigensinnig sein soll. Der Händler lachte grimmig. »Bring mir die Bücher, Bill«, sagte er. Der Junge brachte einen kleinen, dünnen und einen großen, fettverschmierten Band und legte sie nebeneinander unter die Hängelampe. »Nun denn, Mr. Alleswisser«, sagte der Händler. »Ich dachte, ich wäre alle Gänse los, aber vor Ladenschluss kommen Sie und sagen mir, es ist noch nicht alles erledigt. Also, sehen Sie dieses kleine Buch?« »Und?« »Das enthält die Aufstellung der Leute, bei denen ich kaufe. Sehen Sie? Gut. Hier auf der Seite stehen die Leute vom Land und die Nummern hinter den Namen verweisen auf die Seiten im Hauptbuch, wo die Rechnungen eingetragen sind. Und jetzt? Sehen Sie die Seite, auf der die Eintragungen mit roter Tinte gemacht sind. Das ist die Liste meiner Lieferanten aus der Stadt. Nun schauen Sie sich mal diesen dritten Namen hier an. Lesen Sie ihn vor. »Mrs. Oakeshott, Brixton Road, 117, Seite 249«, las Holmes. »So ist es. Und jetzt schlagen Sie im Hauptbuch nach.« Holmes schlug die angegebene Seite auf. »Hier haben wir es. Mrs. Oakeshott, Brixton Road, 117, Eier- und Geflügellieferant.« »Gut. Und was ist die letzte Eintragung?« »22. Dezember, 24 Gänse, A, 7 Schilling, 6 Pence.« »Richtig, da haben Sie es. Und darunter?« »Verkauft an Mr. Windygate vom Alpha für 12 Schilling.« »Was sagen Sie jetzt?« Sherlock Holmes schaute tief bekümmert drein. Er holte einen Sovereign aus der Tasche, warf ihn auf die Theke, wandte sich ab und tat dabei so, als wäre sein Unmut zu groß, als dass Worte ihn ausdrücken könnten. Einige Jahre entfernt blieb er unter einer Laterne stehen und lachte auf die herzliche, geräuschlose Weise, die ihm eigen war. »Einen Mann mit Backenbart, dem ein rosa Tuch aus der Brusttasche guckt, können Sie immer mit einer Wette ködern,« sagte er. »Ich wage zu behaupten, dass ich von dem Manne, wenn ich ihm hundert Pfund auf den Tisch gelegt hätte, nicht mit einer so erschöpfenden Antwort bedient worden wäre wie eben, da ich ihm das Gefühl eingab, er könne mich mit einer Wette aufs Kreuz legen. »Nun, Watson, ich denke, wir nähern uns dem Ende unserer Nachforschung, und es bleibt nur noch zu entscheiden, ob wir diese Mrs. Oakshot heute Abend aufsuchen wollen oder ob wir uns das für morgen früh aufheben sollten. Nachdem, was der mürrische Bursche gesagt hat, über die anderen, die außer uns begierig waren, in der Angelegenheit etwas zu erfahren, möchte ich...« Seine Bemerkung ging unter in einem Lärmen, das von dem Stand herkam, den wir soeben verlassen hatten. Wir blickten uns um und sahen im gelben Lichtkreis der Hängelampe ein rattengesichtiges Männchen, und Breckenridge, der Händler, stand in der Tür und schüttelte gegen die kriechende Gestalt wild die Fäuste. »Ich habe genug von Ihnen und Ihren Gänsen«, schrie er. »Ich wünschte Ihr Wert alle beim Teufel. Wenn Sie mich noch mal mit Ihrem blöden Geschwätz belästigen, hetze ich den Hund auf Sie. Bringen Sie mir, Mrs. Oakshot, und ich rede mit ihr. Was haben denn Sie mit der Sache zu tun? Habe ich die Gänse von Ihnen gekauft? »Nein, aber eine davon gehört mir trotzdem«, wimmerte der kleine Mann. »Reden Sie mit Mrs. Oakshot.« »Die hat gesagt, ich soll Sie fragen.« »Meinetwegen fragen Sie den König von Preußen. Mir reicht es. Machen Sie, dass Sie wegkommen.« Er stürzte wütend vor, und der unerwünschte Frager rannte davon. »Hallo, das kann uns einen Besuch in der Brixton Road ersparen«, flüsterte Holmes. »Kommen Sie, wir wollen einmal sehen, was mit dem kleinen Burschen anzufangen ist.« Wir drängten uns durch die Menschen, die zwischen den erleuchteten Ständen umherschlenderten, holten den kleinen Mann ein und tippten ihm auf die Schulter. Er fuhr herum, und im Gaslicht sah ich, dass jede Spur von Farbe aus seinem Gesicht gewichen war. »Wer sind Sie?« »Was wollen Sie?« fragte er mit bebender Stimme. »Entschuldigen Sie«, sagte Holmes freundlich, »aber ich habe unabsichtlich die Fragen gehört, die Sie dem Händler stellten. Ich glaube, ich kann Ihnen helfen.« »Sie?« »Wer sind Sie?« »Was wissen Sie überhaupt von der Sache?« »Mein Name ist Sherlock Holmes. Es ist mein Beruf, zu wissen, was andere Leute nicht wissen.« »Aber Sie können nichts wissen.« »Entschuldigen Sie, aber ich weiß alles.« Sie sind bemüht, einigen Gänsen auf die Spur zu kommen, die von Mrs. Oakeshott aus der Brixton Road an einen Händler namens Breckenridge verkauft wurden und von dem wieder an Mr. Windygate, den Wirt des Alpha, der sie an die Leute seines Clubs weitergegeben hat, in dem auch Mr. Henry Baker Mitglied ist. »Oh, Sir, Sie sind genau der Mann, den ich treffen wollte,« rief der kleine Möker. der Mann, die zitternden Hände ausstreckend. »Ich kann Ihnen kaum erklären, wie sehr ich an der Sache interessiert bin.« Sherlock Holmes winkte einer vorüberfahrenden Kutsche. »In dem Falle sollten wir uns besser in einem gemütlichen Raum statt auf diesem windigen Marktplatz unterhalten,« sagte er. »Aber verraten Sie mir bitte, ehe wir fahren, wem helfen zu dürfen, ich die Ehre habe?« Der Mann zögerte einen Augenblick. »Mein Name ist John Robinson,« antwortete er mit einem Seitenblick. »Nein, nein, ich frage, wie Sie richtig heißen,« sagte Holmes sanft. »Es ist immer ärgerlich, es mit einem Alias zu tun zu haben.« In die weißen Wangen des Fremden stieg plötzliche Röte. »Na gut,« sagte er, »mein richtiger Name ist James Ryder.« »Nun also, der Geschäftsführer vom Hotel Cosmopolitan. Bitte, steigen Sie in die Kutsche, und ich werde Ihnen bald alles erklärt haben, was Sie wissen wollen.« Der kleine Mann stand da und sah halb furchtsam, halb hoffnungsvoll zwischen Holmes und mir hin und her, wie einer, der nicht weiß, ob er sich an der Schwelle zum Glück oder vor einer Katastrophe befindet. Dann stieg er in die Kutsche, und eine halbe Stunde später befanden wir uns wieder im Wohnzimmer in der Baker Street. Während der Fahrt war nicht gesprochen worden, doch das schwache Atmen unseres neuen Gefährten und seine ständig krampfenden Hände redeten deutlich von seiner Nervenanspannung. »Da wären wir,« sagte Holmes, als wir ins Zimmer traten. »Das Feuer ist gerade das Richtige bei solchem Wetter. Frieren Sie, Mr. Ryder? Bitte, nehmen Sie den Korbsessel. Ich will nur noch meine Pantoffeln anziehen, ehe wir Ihre kleine Angelegenheit in Ordnung bringen.« »Nun denn, Sie möchten wissen, was mit jenen Gänsen wurde?« »Ja, Sir.« »Oder vielmehr, nehme ich an, mit jener einen Gans. Es handelt sich nur um einen Vogel,« stelle ich mir vor, »der Sie interessiert.« »Einen Weißen mit einem schwarzen Streifen quer über dem Schwanz.« Ryder zitterte vor Erregung. »Sir, Sie können mir sagen, wohin er geraten ist?« »Hierher.« »Hierher?« »Ja, und es stellte sich heraus, dass er ein höchst bemerkenswerter Vogel war. Kein Wunder, dass Sie an ihm interessiert sind. Er legte ein Ei nach seinem Tod, das schönste, glänzendste, kleine, blaue Ei, das es je gegeben hat. Es befindet sich in meinem Museum.« Unser Besucher erhob sich schwankend und klammerte sich mit der rechten Hand am Kaminsims fest. Holmes schloss seine Kassette auf und hielt den blauen Karfunkel hoch, der wie ein Stern glänzte, kalt, sprühend, vielstrahlig glitzernd. Ryder stand mit erschöpftem Gesicht da, unsicher, ob er ihn fordern oder ihn aufgeben sollte. »Das Spiel beginnt, Ryder,« sagte Holmes ruhig. »Halten Sie sich aufrecht, Mann, oder Sie fallen ins Feuer. Watson, stützen Sie ihn in den Sessel zurück. Er ist zu blutarm, um ungestraft ein Verbrechen zu begehen. Geben Sie ihm einen Schluck Kognak. So, jetzt sieht er schon ein bisschen menschlicher aus. Was er doch für ein Hänfling ist.« Für einen Augenblick taumelte Ryder und wäre fast gefallen, aber der Kognak brachte einen Anflug Farbe in die Wangen zurück und dann saß er und starrte mit erschrockenen Augen auf seinen Ankläger. »Ich habe fast alle Glieder der Kette und alle Beweise in der Hand, die ich möglicherweise brauche, und es gibt wenig, das Sie mir erklären müssen, aber das Wenige sollte der Vollständigkeit halber ebenfalls zur Sprache kommen.« Hier fuhren Sie, Ryder, von dem blauen Stein der Countess of Morkar. »Catherine Cusack hat mir von ihm erzählt,« sagte er mit brüchiger Stimme. »Aha, die Zofe der Lady. Nun, die Versuchung, auf einfache Weise plötzlich reich zu werden, war zu viel für Sie, wie auch schon für andere Männer vor Ihnen, aber Sie waren nicht gerade wählerisch in den Mitteln, die Sie einsetzten. Mir scheint, Ryder, in Ihnen steckt das Zeug zu einem richtigen Schurken. Sie wussten, dass Horner, der Klempner, schon einmal in eine ähnliche Sache verwickelt war und dass der Verdacht umso eher auf ihn fallen musste. Was taten Sie? Sie sorgten für eine kleine Reparatur im Zimmer der Lady, Sie und Ihre vertraute Cusack, und drehten es so, dass man gerade diesen Mann rief. Dann, als er weg war, brachen sie die Schmuckkassette auf, schlugen Alarm und ließen den unglücklichen Mann verhaften. Danach, Plötzlich warf Ryder sich auf den Teppich und umklammerte die Knie meines Gefährten. Haben Sie um Gottes Willen erbarmen, schrie er. Denken Sie an meinen Vater, an meine Mutter. Es würde Ihnen das Herz brechen. Nie zuvor habe ich Schlechtes getan. Ich will so etwas nie mehr tun. Das schwöre ich. Das schwöre ich auf die Bibel. Oh, bringen Sie mich nicht vor Gericht. Um Christi willen nicht. Setzen Sie sich wieder, sagte Holmes unnachgiebig. Es ist einfach, sich jetzt zu krümmen und zu kriechen. Aber an den armen Horner haben Sie kaum gedacht, der wegen eines Verbrechens auf der Anklagebank sitzt, von dem er keine Ahnung hat. Ich werde fliehen, Mr. Holmes. Ich werde das Land verlassen, Sir. Dann bricht die Anklage gegen ihn zusammen. Hm, darüber werden wir noch sprechen. Aber jetzt möchten wir erst einmal einen wahrheitstreuen Bericht vom nächsten Akt hören. Wie kam der Stein in die Gans? Und wie kam die Gans auf den Markt? Sagen Sie uns die Wahrheit, denn darin liegt Ihre einzige Chance. Ryder fuhr sich mit der Zunge über die trockenen Lippen. Ich berichte Ihnen, wie es gewesen ist, Sir, sagte er. Als Horner verhaftet war, schien es mir das Beste zu sein, sofort mit dem Stein zu verschwinden, denn ich wusste nicht, wann die Polizei die Sache aufnehmen und mich und mein Zimmer durchsuchen würde. Im Hotel gab es keinen Platz, wo er sicher gewesen wäre. Ich verließ das Haus, als müsste ich eine Besorgung machen und ging zu meiner Schwester. Sie hat einen Mann namens Oakeshott geheiratet und wohnt in der Brixton Road. Sie mästet Gänse für den Markt. Auf dem ganzen Weg kam es mir so vor, als ob jeder Mann, der mir begegnete, ein Polizist oder ein Detektiv wäre. Und obwohl der Abend kalt war, lief mir der Schweiß in Strömen übers Gesicht, ehe ich noch die Brixton Road erreicht hatte. Meine Schwester fragte mich, was geschehen sei und warum ich so blass aussähe, und ich erzählte ihr, dass ich mich über den Juwelendiebstahl im Hotel so aufgeregt hätte. Dann ging ich auf den Hof, rauchte eine Pfeife und überlegte, was zu tun sei. Ich hatte einmal einen Freund mit Namen Maudsley, der war auf die schlechte Bahn geraten und hatte gerade seine Zeit in Pentonville abgesessen. Eines Tages hat er mich besucht und war auf die Tricks von Dieben zu sprechen gekommen und darauf, wie sie sich ihrer Beute entledigen. Ich konnte annehmen, dass er zu mir halten würde, da ich einiges von ihm wusste. Und so beschloss ich, mich direkt nach Kilburn, wo er wohnt, auf den Weg zu machen und ihn ins Vertrauen zu ziehen. Er würde wissen, wie der Stein zu Geld zu machen war. Aber wie ihn erst einmal in Sicherheit bringen? Ich dachte an die Ängste, die ich vom Hotel bis zu meiner Schwester ausgestanden hatte. Jeden Augenblick konnte ich gestellt und durchsucht werden, und dann steckte der Stein in meiner Westentasche. Ich lehnte an der Mauer und sah den Gänsen zu, die um meine Füße watschelten. Und plötzlich kam mir eine Idee, wie ich den besten Detektiv der Welt schlagen könnte. Einige Wochen zuvor hatte mir meine Schwester gesagt, ich solle mir eine von ihren Gänsen als Weihnachtsgeschenk aussuchen, und ich wusste, dass sie immer zu ihrem Wort steht. Ich würde mir meine Gans jetzt nehmen, und in ihr würde ich den Stein nach Kilburn bringen. Im Hof steht ein kleiner Schuppen, und hinter denen trieb ich einen der Vögel, einen schönen, großen, weiß mit gestreiftem Schwanz. Ich fing ihn ein, sperrte ihm den Schnabel auf und stieß den Stein so tief in die Kehle, wie mein Finger reichte. Der Vogel wirkte, und ich merkte, wie der Stein durch die Speiseröhre wanderte, bis er im Kropf saß. Aber das Geschöpf flatterte und wehrte sich, und meine Schwester kam heraus, um zu sehen, was los sei. Als ich mich umwandte, ihr antworten wollte, riss sich das Biest los und flatterte zu den anderen. Was hast du nur mit dem Vogel angestellt, Cem? fragte sie. Nun, sagte ich, du hast mir doch eine für Weihnachten versprochen, und ich habe gefühlt, welche die fetteste ist. Oh, sagte sie, die für dich haben wir schon ausgewählt. Wir nennen sie nur Jems Vogel. Er ist der große Weiße da drüben. Wir haben 26, einen für dich, einen für uns und zwei Dutzend für den Markt. Danke, Maggie, sagte ich, aber wenn es dir nichts ausmacht, möchte ich lieber die ganz, die ich gerade befühlt habe. Die andere ist gute drei Pfund schwerer, sagte sie, wir haben sie extra für dich gemästet. Mach dir nichts draus, ich möchte die andere, und ich nehme sie gleich mit. Ganz wie du möchtest, sagte sie, ein wenig ärgerlich. Welche also willst du nun? Die Weiße mit dem gestreiften Schwanz in der Mitte der Herde. Na gut, schlachte sie und nimm sie mit. Ich tat, wie sie sagte, Mr. Holmes, und schleppte das Tier den ganzen Weg nach Kilburn. Ich erzählte meinem Freund, was ich gemacht hatte. Er ist einer, bei dem es einem leicht fällt, so etwas zu sagen. Er lachte, bis er keine Luft mehr bekam, und dann nahmen wir ein Messer und schnitten die Gans auf. Ich kriegte weiche Knie, denn da war nicht die Spur von einem Stein, und ich begriff, dass mir ein schrecklicher Irrtum passiert war. Ich ließ den Vogel dort, lief zum Haus meiner Schwester und gleich in den Hof. Kein einziger Vogel war mehr da. Wo sind die alle, Maggie? schrie ich. Beim Händler. Bei welchem Händler? Bei Breckenridge am Covent Garden. War da noch eine mit gestreiftem Schwanz? fragte ich. Genau solche wie die, die ich mir ausgesucht habe? Ja, es gab zwei mit gestreiftem Schwanz. Ich habe sie nie auseinanderhalten können. Jetzt war alles klar, und ich rannte, so schnell mich meine Füße trugen, zu diesem Breckenridge. Aber er hatte die ganze Partie auf einmal verkauft und wollte mir mit keinem Wort verraten an wen. Sie haben ihn heute Abend ja selbst gehört. So hat er mir immer geantwortet. Meine Schwester denkt, ich bin verrückt geworden. Manchmal denke ich das selbst. Und jetzt? Jetzt bin ich ein gebrannt magter Dieb, der den Reichtum, um dessen Willen er seinen Charakter aufgegeben hat, nicht einmal berühren konnte. Gott helfe mir! Gott helfe mir! Er brach in krampfhaftes Schluchzen aus und barg das Gesicht in den Händen. Danach blieb es lange Zeit still. Die einzigen Geräusche waren Riders schwerer Atem und das regelmäßige Klopfen, das Sherlock Holmes mit seinen Fingerspitzen auf dem Tisch erzeugte. Endlich erhob sich mein Freund und riss die Tür auf. Raus! sagte er. Was ist, Sir? Der Himmel vergelte es Ihnen. Kein Wort mehr. Raus! Und es war auch kein weiteres Wort nötig. Ein Sturz zur Tür, ein Gepolter auf der Treppe, das Zuschlagen der Haustür und das harte Geräusch rennender Füße auf der Straße. Das war alles. Schließlich, Watson, sagte Holmes, indem er nach seiner Tonpfeife griff, bin ich nicht von der Polizei engagiert und hier deren Schlappen wettzumachen. Wäre Horner in Gefahr, wäre es etwas anderes, aber dieser Bursche wird nicht gegen ihn auftreten und da muss die Anklage in sich zusammenfallen. Vermutlich verharmlose ich ein Verbrechen, aber es ist auch möglich, dass ich eine Seele rette. Der wird nicht noch einmal auf den falschen Weg geraten. Er ist zu verschreckt. Steckt man ihn in den Käfig, so wird aus ihm ein Vogel hinter Gittern sein Leben lang. Außerdem haben wir gerade das Fest der Versöhnung gefeiert. Der Zufall hat uns zu einem einmaligen, seltsamen Problem verholfen und dessen Lösung trägt die Belohnung schon in sich. Wenn Sie jetzt die Güte hätten, Doktor, zu läuten, werden wir gleich mit einer neuen Untersuchung beginnen, deren Held auch ein Vogel ist. Untertitelung im Auftrag des ZDF,